ATV Eichfeld setzt auf Innovation. Nach dem erfolgreich eingeführten neuen Format Teleshopping möchten wir künftig der Tierwelt vermehrt ein Augenmerk schenken. Denn der beste Freund des Menschen erfährt leider nicht immer eine artgerechte Behandlung. In Zusammenarbeit mit dem Tierheim Murtal möchten wir nun künftig Woche für Woche Tiere vorstellen, die ein neues Zuhause suchen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sendeformat von ATV Eichfeld. Tiere suchen ein neues Zuhause. Das Tierheim Murtal leistet hervorragende Arbeit, wenn es um Tierschutz geht. Tiere aufzunehmen und sie zu versorgen. Wir von ATV Eichfeld möchten diese Arbeit natürlich gerne unterstützen und an dieser Stelle jede Woche Ihnen gerne Tiere präsentieren, die dringend ein neues Zuhause suchen. Nun haben wir zwei entzückende Kater. Sie sind zwar keine Geschwister, aber schon von klein auf immer Freunde. Bei mir ist der Sammy, der 2009 geboren wurde und neben mir der Diego, der 2013 auf die Welt kam. Sie sind natürlich jetzt sehr aufgeregt, da wir hier sind. Es ist ja doch eine andere Situation. Aber die beiden Kater waren schon von klein auf zusammen. Sie mögen bitte zusammen ein neues Platzerl bekommen. Sie sind natürlich beide kastriert, reine Wohnungskatzen. Also es wäre schön, wenn sie wieder in einer Wohnung Platz finden würden. Aber sie sind sehr zugetan, verschmust, jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt, aber wunderschöne europäische Kurzhaarkatzen. Vielleicht finden sich die beiden bei Ihnen demnächst ein schönes Zuhause. Sollten Sie gerne Diego oder Sammy ein neues, liebevolles Zuhause bieten, dann rufen Sie hier im Tierheim Murdall ab unter der Telefonnummer 035 12 49 575. Ich hoffe, wir finden ein neues Zuhause für diese Tiere. Neben mir hat jetzt die entzückende Näher Platz genommen. Die Rasse ist ein Schäfer-Mischling und Näher bringt natürlich alle Impfungen mit. Näher ist im Mai 2014 geboren und leider schon viel zu lange hier im Tierheim Murdall. Sie ist natürlich kastriert und bei großen Kindern sehr beliebt. Spielt gerne, geht gerne spazieren und ist dem Menschen auch sehr zugetan. Das Einzige, was Näher nicht so gerne hat, ist andere Haustiere. Bei allen anderen Hunden entscheidet wie immer die Sympathie. Sollten Sie Interesse an der entzückenden Näher haben, durch eine kleine Schutzgebühr ist sie natürlich auf einen schönen Platz abzugeben. Zögern Sie nicht, rufen das Tierheim Murdall an und schenken Sie der Näher ein schönes neues Zuhause. Und bitte schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Vielleicht ist ja Ihr Haustier mit dabei.